So meine Lieben, Willkommen zurück zu Mars Mass Effect 1. So, es ist schon ein Weilchen her, um so ein paar Monate für mich, als ich diesen Speicher zuletzt angefasst habe. So, ich kann mich noch dumpfer erinnern, wir haben die allererste Mission abgeschlossen. Wir haben, ja, wir sind jetzt hier so verwundet wieder da, weil wir irgendein Datenträger ist jetzt in uns oder irgendwelche Informationen haben wir. Nee, nicht wir, sondern die andere. Aber, ist egal, ihr merkt schon, ich habe lange nicht mehr gespielt. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Frage. Ich glaube, die Ashley, die ist so... Hallo. Oh. Ähm. Ja, sie haben es sich verdient, hier zu sein. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, sie an Bord in Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß, das zu würdigen. Hm, wie geht's dir denn? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn sie nicht aufgetaucht wären. So, damit wir mal ein bisschen hier die Flirt-Distanz erhöhen, baggern wir sie einfach mal weiter an. Also, wir wollen ja auch ein paar gute Sex-Szenien hier haben. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Na. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Na, aber immer doch. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Das ist ein super herzliches Willkommengrad gewesen, Mr. Shepard. Super. Also. Huuu. Mir ein Schleier, wie der Kerl bei den Frauen punkten kann. Damit würde man ja nun wirklich nicht punkten. Aber okay, ist ja jetzt Militär. Könnte wieder ganz anders sein. Äh, wir wissen immer noch nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo, äh, ein Tasten. Ja, genau. Das war die Karte. Ähm, hallo? Hallo? Achso, äh, hallo, 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 hallo. Journal, 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 Journal. Mission, der Sender auf Edenprime wurde vernichtet, aber vor der Selbstzerstörung hat er ihnen furchtbare Bilder übermittelt. Vision des Todes und der galaktischen Vernichtung. Ob diese Bilder, ähm, ob diese Bilder aus der Vergangenheit oder Omen für die Zukunft waren, können sie nicht wissen. Ja, ist okay. Was ist unser Auftrag? Mit Joker sprechen. Mit Jim Jokey sprechen. Na, dann werden wir uns mal zum Joker begeben. Sprinten wir die Treppe hinab. Äh, müssen wir den Fahrstuhl nehmen? Ne, müssen wir nicht. Weil, der Joker, der müsste da hinten irgendwo sein. Aber ich kann mich natürlich täuschen, weil ich kenne die Normandy jetzt auch nicht mehr auswendig und hab mich somit volle Kanne verfranst. Ja, das ist alles live, meine lieben Leute. Nach mindestens fünf Monaten, äh, kann man's halt nicht mehr wissen. Dann muss man sich halt dann doch wieder auf die, äh, vagen Erinnerungen zurückgreifen, verlassen, die man hatte. Na gut, ich hätte auch, ähm, meine Videos gucken können, aber das macht ja gar keinen Spaß. Zumindest für euch nicht. Ich glaube, es macht nämlich mehr Spaß, jemanden beim, äh, Failen zu sehen, laden, als jemanden, der gerade perfekt spielt. So, und jetzt haben wir uns natürlich noch mehr verfranst. Scheiße. Ja, meine, äh, lieben Leute, willkommen in unserer, ähm, Ausbildungsabteilung in der Garage. Hier haben wir einen riesigen Panzer, mit dem können wir ja später erfahren. Inspizier mal die Scheiße. Ach so, das gibt dann gleich Erfahrung, plus zehn. Naja, toll. Ähm, ja, das ist dann wohl... Also, die Normandy ist ja nun nicht so groß. Warum verfranst ich mich hier? Und hier haben wir den, ähm, Antrieb. Untersuchen. Sag mal, krieg ich jetzt für jeden Scheiß... Das ist mit Jenkins. Tut mir leid, Commander. Ja, mir auch. Krieg ich jetzt für jeden Piss, den ich untersuche, Erfahrungen auf dem Schiff? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich bin noch gar nicht der Käpt'n von diesem Schiff. Warum krieg ich die, ähm, Punkte? Kayden ausrüsten. Äh, wer bist denn du? Klicken Sie auf die Filterreiter um zwischen den Gegenständen hin und blablabla. Ach, fick dich. Wer bist denn du? Komm raus da. Stimmt. Steam läuft ja auch noch. Ich hab das Interface nur deaktiviert. Naja, passiert. Dann haben wir jetzt gehört, dass jemand online gegangen ist. Wer online gegangen ist, kann ich nicht sagen. So. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt wieder in die komplett falsche Richtung gehe. Aber bei diesen, äh, RPGs hab ich halt dieses Problem mit dem... Ähm, hach, wir verkacken immer mit dem Weg. Es geht mir Fallout New Vegas und Fallout 3 nicht anders. Wobei ich momentan ziemlich, äh, privat Fallout New Vegas spiele. Und da geht's mir dann manchmal genauso, dass auf der Landkarte irgendwo das X markiert die Stelle, wo ich hin soll. Aber ich diese X markierte Stelle einfach nicht finde. Liegt aber auch zum größten Teil daran, dass die Karte echt so für ein Pupp ist es. Hier ist doch kein Joker. Hier muss doch irgendwo was sein. Hier ist nämlich ein X. Ashley ausrüsten. Hier will ich auch nicht. Hallo? Wo ist denn jetzt der Joker? Das hört sich ein bisschen böse an. Denn der Joker ist eigentlich ein, äh, 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 Gegner von... Batman. Batman. Vorräte? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianzware. Aber das muss kein Nachteil sein. Ich möchte gerne eine Prostituierte. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianzarsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Mit Kopf, du hast gute Waren. Seigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Äh, das kann man sich aber alles irgendwie noch nicht leisten, oder? Ne, kann man sich alles nicht. Zup. Codex plus 10. Äh, für die Lizenzen. Schwarzmarkt, sag es doch gleich. Lizenzen, dass ich nicht lache. Der Typ hat doch kein Geld für Lizenzen. So. Und eine Prostituierte hat er mir immer noch nicht verkauft. So ein Arsch. Au. Laden ist immer ganz gut. So ein Ladensschildchen ist immer, äh, voll die positive Sache. Oh. Captain an Bord. Genau, immer schön salutieren. Scheiße, bin ich also nur im Kreis gegangen. Hahaha. Na gut, dann habt ihr wenigstens noch ein bisschen mehr von der Normandie hier sehen. Ah, schade, kann man noch nicht. Aber jetzt können wir mit dem Joker sprechen. Das Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Ich weiß nicht. Ich stressed mich. Ich höre. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Wow. Das ist ein Skandal. Wäre eine thorianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Thorianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminussektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und, Saren, Inspektor außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat. Aber nicht vorher. Captain Anderson. Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist der Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Also sowas wie ein 007 der Specters oder wie oder was. Oder ganz anders. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Specter zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilis jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Specters rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadell-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Das wäre schön. Naja, ist ja allgemein bekannt, dass so ein Rat immer für Trouble sorgt und eigentlich voll von Arsch ist.